Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Conference Session und jetzt geht es hier auf der Lobby Stage weiter und zwar mit Stil. Ich habe gehört, also natürlich Running Gag, ganz klar. Ich habe neben mir sitzen einmal Esther Bishop. Du hast, das habe ich total fasziniert gelesen, du hast mal in Weimar Oboe studiert und dann aber Communication und Cultural Management an der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen, wo du auch promoviert hast und jetzt bist du Referentin für Austausch und Vernetzung bei der Stiftung Innovation in der Hochschullehre und wir haben ja auch noch sitzen, Anna hat Medien und Kommunikation in Augsburg und Medienmanagement in Weimar studiert. Habt ihr euch mal getroffen in Weimar? Nein, ich weiß es nicht. Das ist eine zufällige gemeinsame Vergangenheit. Okay, aber die Zufälle enden jetzt, denn ihr beide wart bei Lehre hoch N für eine Zeit beschäftigt, eben bevor ihr dann ins Heftige gegangen seid, wo ihr endlich jetzt mit Stil arbeiten könnt und die Anna ist dort nämlich Referentin in der Projektförderung. Und genau das ist auch unser Thema heute, nämlich sowohl Austausch und Vernetzung, aber auch die Projektförderung. Wobei Esther und ich, wir haben gerade so ein kleines Déjà-vu, nämlich wir haben vor anderthalb Jahren hier schon mal auf der Lobby-Stage gesessen und da war die Stil noch taufrisch, kann man sagen. Jetzt habt ihr euch mehr als nur gefunden, ihr seid richtig gewachsen und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Stil hat damals in 2021 das Motto ausgerufen, aus der Community für die Community. Und wir haben uns natürlich alle damals gefragt, das ist cool, aber A, was heißt das genau und B, wie äußert sich das eigentlich in dem, wie ihr gearbeitet habt? Könnt ihr sagen, wie sich dieses Motto, das ihr damals ausgerufen habt, inzwischen so vielleicht verselbstständigt hat? Ja, das können wir natürlich total gerne machen. Wir haben gedacht, du hast ja eben schon gesagt, ich bin im Bereich Austausch, Vernetzung, Anna ist in der Projektförderung. Das nimmt man ja von außen immer gar nicht so richtig wahr, so Stiftung ist halt nicht Stiftung. Und deshalb haben wir gedacht, erklären wir das nochmal so ein kleines bisschen, wie eigentlich diese anderen, also wie diese Stiftungsbestandteile zusammenhängen und geben dann, geben wir dann vielleicht so ein paar Beispiele dafür, wie sich dieses Aus der Community für die Community in den Bereichen ausdrückt, also in welchen Projekten oder Förderformaten würdest du machen? Cool. Ja, wir haben nämlich was mitgebracht. Ha, die haben nämlich Props mitgebracht, die beiden. Wir haben uns vorbereitet. Irre. Wir haben uns vorbereitet. Genau. Und Herr Brandenburg hat uns ja auch heute Morgen schon den Gefallen getan, dieses Bild vom Schiff oder vom Tanker zu bemühen. Und da haben wir gedacht, da sind wir total gut drin anschlussfähig, als Hamburgerinnen sowieso. Und der Bereich Austausch, Vernetzung insbesondere, den stellen wir immer gerne so als kleines Boot dar. Der kann sein, ein Schlepper, der also den großen Tanker, Projektförderung, wo das viele Geld drin ist, vielleicht in die eine oder andere Richtung lenkt. Oder vielleicht auch sowas wie ein Schnellboot, wenn es halt mal gerade richtig fix sein muss. Oder vielleicht auch sowas wie ein Lotsenschiff, das Kontakt zu, also das bestimmte in der Community wichtige Personen an Bord der Stil bringt. Das wäre so mein Bild, was ich mitgebracht habe. Ja, als ich mir Gedanken gemacht habe, wie man so die Projektförderung symbolisieren könnte, kamen wir irgendwann auf so eine Streichholzschachtel. Und ja, der Gedanke ist, dass die zum einen ja so verschiedene Elemente hat. Also man könnte vielleicht sagen, diese äußere Schachtel könnte so eine Hochschule sein. Und das, was wir dann tun in der Projektförderung, ist da eigentlich sowas reinschieben erstmal. Also auch natürlich Geld. Und innen ist aber ja ganz viel Platz. Also man müsste die jetzt vielleicht nochmal ausleeren, diese Streichhölzer und hat dann ja da drin ganz viel Raum. Das ist ja auch sogar der Name einer unserer Förderlinien, Freiraum. Also wir wollen eigentlich, dass diese Schachtel erstmal leer ist und dann inhaltlich natürlich von den Menschen in den Projekten gefüllt werden kann. Ja, und zum Zweiten wollen wir natürlich Feuer entfachen. Also Innovationen, Ideen, die an verschiedenen Stellen entstehen und erstmal so kleine Brände sind vielleicht und die guten werden dann hoffentlich auch mal zu einem Großfeuer. Hoffentlich nicht zu einem Waldbrand. Und die Anna hat vorher noch erzählt, dass da noch ein drittes Bild drinsteckt. Denn die kommt, woher kam die noch, Anna? Genau, die kommt tatsächlich, diese spezifische Schachtel kommt aus einem Urlaub in Schweden und aus einem Streichholzmuseum, wo ganz schön erläutert wurde, welche Bedeutung eigentlich diese Innovation Streichholz für die Gesellschaft hatte und für die Menschen im Alltag, weil es vorher natürlich sehr viel komplizierter war, ein Feuer anzuzünden. Daher könnte man fast sagen, das steht irgendwie auch noch für Innovationen und gute Ideen. Ihr habt gesagt, ihr beide steht jetzt für die Bereiche Projektförderung und Austausch und Vernetzung. Lass uns die mal durchgehen. Austausch und Vernetzung ist da. Das sind erstmal für mich so zwei recht abstrakte Begriffe. Die haben irgendwie so ein bisschen was miteinander zu tun, aber vielleicht auch nicht hundertprozentig Überdeckung. Erklär uns mal so, dass wir das verstehen, was das eigentlich ist und was die Stiftung da tut. Klar, das mache ich gerne und zwar fange ich zum Beispiel, fange ich vielleicht gerne mit dem Beispiel des Jahresprogramms an, das ich konzipiert haben, konzipieren durfte und durchführen. Das war, da war ich eben in dem Bild des Lotsenschiffs. Das ist ein Programm, eine Individualförderung. Wir haben da eine Gruppe zusammengestellt von 34 Personen, unterschiedlicher Akteursgruppen, also Hochschulleitungen, Lehrende, Wissenschaftsmanagement und StudentInnen, die alle ExpertInnen im Bereich der Nachhaltigkeit im Kontext von Hochschullehre sind und an unserem Programm teilnehmen. Und wir haben dort das Ziel, sie eben in ihren Handlungskompetenzen zu stärken, damit sie eben dieses wahnsinnig wichtige Thema Nachhaltigkeit, dass ja nun wirklich das Transformationsthema schlechthin ist, zu stärken. Und wir werden zum Beispiel, das ist vielleicht auch noch ganz interessant an dieser Stelle mal zu nennen, wir werden dieses Programm neu ausschreiben im Herbst. Also wir haben festgestellt, das sind fünf Workshops aus diesem Programm. Die Gruppe ist fest und durchläuft dieses ganze Programm. Wir waren in Finnland, wir haben eine Exkursion gemacht, haben uns dort eine Uni angeguckt, die dieses Thema also besonders interessant und konsistent umgesetzt hat. Und wir haben also ganz zu Anfang festgestellt, das ist ein so wichtiges Thema, das müssen wir einfach nochmal machen. Das kann man nicht nur einmal machen, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Total cool. Also kommen wir mal vom Reisen mit Stil zur Projektförderung. Da fand ich es total spannend. Gestern haben wir ja auch schon gesprochen mit eurer Kollegin und da fand ich es total interessant, dass sich da diese beiden Bereiche der Vernetzung, des Austauschs und der Förderung plötzlich auch treffen, weil ihr Netzwerke gefördert habt aus der Projektförderung heraus. Anna, aber aktuell drängt, glaube ich, viel stärker die Freiraumförderung. Da sind zu Hause noch, also mindestens 500 Gruppen sitzen gerade daran und schreiben so die letzten Zeilen an ihren Anträgen. Erzähl uns ein bisschen aus deinem Bereich. Genau, also ich saß heute Morgen tatsächlich auch noch in der Antragsberatung, um so die letzten Fragen zu beantworten zu den Anträgen für Freiraum 23. Da endet dieser Woche die Einreichungsfrist. Da sind wir ganz gespannt, weil das ja jetzt die zweite Runde ist. Also wie Esther jetzt auch dann das Jahresprogramm nochmal neu ausschreiben wird, haben wir uns auch bei Freiraum gedacht. Das ist eigentlich, ja, die erste Runde war auch für uns so ein Testlaufen, Ausprobieren, ein Reinkommen in dieses Format und jetzt startet die zweite Runde. Da haben wir auch, sind wir natürlich jetzt ganz viel an dem Versuch der Optimierung, der Verbesserung, auch was die Prozesse angeht. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, aus der Community für die Community, weil wir schon auch immer drauf bedacht sind, zu versuchen, das Feedback, das uns erreicht, auch zu der Gestaltung der Förderung dann auch mit zu berücksichtigen. Zum Beispiel war es ja jetzt bei Freiraum 23 so, dass wir dieses Losverfahren eingeführt haben, was einfach zum Ziel hat, auf beiden Seiten den Aufwand zu reduzieren in dem ersten Schritt, der dann zur Antragstellung führt. Also dass man eben dadurch, dass diese Ausschreibung so breit ist, erwarten wir da immer sehr viele Anträge. Das bewahrheitet sich auch. Und dann wird natürlich die Chance ziemlich gering auf eine Förderung. Und deshalb haben wir diesen Schritt eingeführt, zu sagen, wir machen erst mal eine ganz niedrigschwellige Interessenbekundung. Dann entscheidet der Zufall. Das ist auch was Neues, was wir ausprobieren, was es auch, soweit wir wissen, in genau der Form bisher selten gibt. Und dadurch ist einfach noch nicht wahnsinnig viel Arbeit passiert. Also man braucht natürlich eine Grundidee, man musste aber noch nicht so viel Zeit investieren. Und ja, reicht dann erst mal das ein. Dann haben wir gelost. Und jetzt sind eben 534 Personen antragsberechtigt, die jetzt hoffentlich Ende der Woche dann erfolgreich ihren Antrag einreichen können. Und ja, dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Also Sonntag 23.59 Uhr ist die letzte Gelegenheit hochzuladen. Es wird auch nicht extended. Dann kommt der 1. Mai direkt. Also dann können sich alle diejenigen, die jetzt schlaflose Nächte haben werden, zurücklehnen und einen Tag sich erholen von der Antragstellung bei euch. Ist da aber diese Förderung, die die Nikola gestern schon mal angesprochen hat, brauchen Netzwerke, braucht Austausch diese Förderung? Ist das für euch auch ein Konzept zu sagen, wir schauen, dass wir unsere drei Säulen stärker zusammenkriegen, übereinander kriegen, dass sich auch die Säulen gegenseitig befruchten? Also hinter dieser Ausschreibung Fokus Netzwerke steht ja die Annahme, dass Netzwerke innovationsbefördernde Akteure sind. Und das heißt, unsere Annahme ist, wir haben ja Netzwerke von Verbünden abgegrenzt, weil wir eben sagen, in Netzwerken, so wie wir sie verstehen, arbeiten ganz besonders engagierte Personen, die wahrscheinlich Akteursgruppen oder hochschulübergreifend oder auch Fach- oder Disziplinenübergreifend zusammenarbeiten und das außerhalb der Hochschulstrukturen tun. Und die sind ja nun manchmal nicht ganz schnell, das ist ja nun mal eben so. Man könnte es auch anders formulieren und sagen, wenn man sie halt wenn man sie halt sozusagen ausbootet, dann geht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle schneller. Das heißt, wir sind an dieser Stelle interessiert daran, sozusagen die Netzwerke zu fördern, zu gucken, was sind die neuen Themen, die in diesen besonders innovationsbefördernden Strukturen entwickelt werden und dann eben die großen Taue rüber an die Case zu schmeißen und dann den Transfer in die Hochschulen eben aus dem Bereich Austauschvernetzung auch ganz konkret zu befördern und zu unterstützen. Transfer ist ein total spannendes Stichwort. Wir haben heute Morgen Jens Brandenburg gehört, der sehr gelobt hat, die Anstrengungen des deutschen Hochschulwesens auch ukrainische Studierende in das System hineinzubringen. Vor allem auch die Maßnahmen, die eben notwendig waren, die ja direkt Aspekte ansprechen, wie Internationalisierung, wie auch Digitalisierung und so weiter, Prozessbildung. Ihr habt auch Ukraine-Förderung gemacht und zwar sehr schnell damals. Könnt ihr davon ein bisschen was erzählen? Ja, total gerne. Das darf ich auch nochmal kurz tun. Da waren wir nämlich Schnellboot. Also da haben wir tatsächlich letztes Jahr innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen eine Ausschreibung konzipiert und rausgebracht. Ich glaube, sechs Wochen hat es dann gedauert, bis wir die ersten Projekte gefördert haben. Und die Idee war eben sowohl in Präsenz als auch online die Fortführung von Lehre und Lernen für ukrainische StudentInnen mit zu unterstützen aus Deutschland heraus. Und das fand ich auch, da haben wir jetzt fast ein Jahr Förderung hinter uns. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Der Krieg ist ja leider sehr viel länger geworden. Es ist viel Infrastruktur zerstört worden. Und da fand ich das auch tatsächlich einen interessanten Punkt von Herrn Brandenburg heute Morgen, dass er auch aufmerksam gemacht hat auf eine Beobachtung, die auch wir gemacht haben, nämlich, dass gerade in den Digitalisierungs- oder in den Online-Lehre-Projekten, die dort stattfinden, nochmal ein echter Entwicklungsschub an einigen der deutschen Hochschulen passiert worden ist. Also ich habe zum Beispiel das Beispiel von Freiberg in Sachsen im Hinterkopf. Die ganze Hochschule hat nur 3000 Studierende und die haben jetzt aber 600 Studierende aus der Ukraine dazu bekommen. Also eine riesengroße Zahl und haben jetzt diesen Umstand dazu genutzt, zum Beispiel so langsam darüber nachzudenken, ihre Prüfungsordnungen anzupassen, damit also auch Credits vergeben können. Also etwas, was während der Pandemie so weit nicht gekommen ist. Da hätte man ja sagen können, ah gut, jetzt ist sowieso gerade so ein bisschen die Luft raus. Jetzt freuen wir uns, dass wir endlich mal wieder alle in Präsenz sind. Und jetzt gibt es aber tatsächlich an dieser Stelle nochmal wieder einen Entwicklungsanlass, der natürlich dadurch, dass das Projekt so ernst genommen wird an den Hochschulen, wirklich nochmal echten Impact haben kann. Cool. Anna, gib uns in 20 Sekunden noch einen Sneak-Peak. Was erwartet uns denn in der Projektförderung in Zukunft bei uns? Bei Freiraum bleibt er nicht stehen. Das habe ich schon gehört. Nee, genau. Freiraum bleibt nicht stehen. Im Gegenteil, Freiraum wird eine fortlaufende Ausschreibung sein. Also das werden wir regelmäßig, voraussichtlich im Jahresrhythmus ausschreiben. Und vielleicht noch ein Satz auch zu der Verknüpfung von Austausch, Vernetzung und den verschiedenen Förderungen, die bei uns passieren, auch in der Projektförderung. Wir versuchen natürlich immer zu analysieren, was da jetzt passiert und dann daraus auch wieder weitere Ausschreibungen dann zu entwickeln. Genau, da kommt auch die Community ins Spiel. Also ihr, das heißt, bleibt stilgewogen, stil bleibt auch uns gewogen. Und ich danke meinen beiden Gesprächspartnerinnen, Anna und natürlich auch der Esther für ein tolles Gespräch. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß bei der nächsten Conference Session. Wir sehen uns wieder um 15.30 Uhr. Tschüss. Und wir sehen uns wieder um 15.30 Uhr. Tschüss.